Hallo liebe Freunde, in Bezug nehmt auf eine Sendereihe im öffentlichen Rundfunk 3SAT Chinas Mysterien, werde ich im nachfolgenden Video auch die Götter bemühen, die mit einer Obergrabung bitten, dass sie mir Glück, Gesundheit und Wohlergehen bescheren. Ich möchte bitte nochmal darauf hinweisen, dass dieses Video keinerlei, wie nennt man das, Bedrohung oder sonst was sein soll, niemand soll benachteiligt werden, ich lasse extra eine Schrift unten durchlaufen, es soll nur der allgemeinen Aufheiterung dienen und den Zuschauern und Zuschauerinnen ein Lächeln auf die Lippen bringen und mal etwas Abstand vom Alltag haben, der eh schrecklich genug ist und jetzt zum Video. paduern So ist es enthörb! Oh, 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 oh. Ich hoffe, ich bekomme jetzt Glück, Arbeit und Wohlstand. Das, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, war nach meinem Wissen ein kleiner Anblick in die chinesische Kultur. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Das, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, war nach meinem Wissen ein kleiner Anblick in die chinesische Kultur. Das, meine lieben Zuschauer, war nach meinem Wissen ein kleiner Anblick in die chinesische Kultur. Vielen Dank.